servus leute herzlich willkommen bei einem info video hat zuerst möchte ich euch ein frohes neues gutes jahr 2022 wünschen ja lieber zu spät als nie und in diesem jahr habe ich einiges geplant für diesen kanal und ja ich möchte euch jetzt daran teilhaben lassen fangen wir mal an zum einen wird 2022 das kanal ja der kanal optimierung ich habe gesehen dass auf meinem kanal ja jede menge so alte leichen waren und ja die möchte ich halt wiederbeleben aber dazu später mehr jedenfalls wird mein kanal sich ein bisschen verändern in diesem jahr und zwar werden manche let's place wieder wieder geboren also wir nehmen ein paar let's place die wir mal abgebrochen haben beispielsweise und setzen die fort so dass die fertig gespielt sind und dass die nicht erst abgebrochen auf meinem kanal da stehen das ist das eine zum anderen wird es regelmäßigere uploads zeiten geben bei aktuell ist ja so dass es vorher nur sonntags ein empire erst part gab und mittlerweile gibt es ein neues let's play das ist pokémon kaiser blau das erscheint jetzt immer von montag bis freitag jeweils um 18 uhr ja und das soll auch wieder so sein dass das ihr vielleicht sogar jeden tag dann wieder neues video von meinem kanal bekommt was ihr euch anschauen könnt genau und desweiter nehme ich die regel die ich 2017 ja mehr oder weniger eingeführt habe dass ich nur history spiele spiel komplett mit aufgehoben das habe ich ja schon grob aufgehoben als ich angefangen habe die ganzen stream spiele zu spielen die ganzen spiele auf meinen live streams und die ganzen mini let's place genau und die regel wird das komplett aufgehoben das heißt wir können jetzt wieder wir spielen das wieder alles was ich gerade lust habe ja sei es irgendwelche ego shooter sei es keine ahnung fortnight oder so ein mist ja wird natürlich nicht comfort night aber gut desweiteren soll es mehr specials geben ja zum beispiel jubiläum special weihnachten halloween special oder an anderen feiertagen also jubiläum special kommt auf jeden fall ein video was weiß ich noch nicht genau aber da wird auf jeden fall was kommen genau desweiteren könnt ihr vorschläge auf meinem kanal posten was wir spielen können also wenn wenn ihr irgendwelchen irgendwer ist in ein spiel habt wo ihr meint auch ich will mal dass der janka das spielt dann schreibt das mal irgendwo die community in die community seite da gibt es auf meinem kanal so ein reiter community da könnt ihr glaube ich auch kommentar rein schreiben genau da könnt ihr ein paar spiele vorschlagen die ich mal spielen sollte und ja vielleicht werden wir da auch ein bisschen was benutzen von den vorschlägen von euch und das allgemein soll mein kanal aktiver sein ja also ich informiere euch dann mehr über aktuell let's plays über gedanken über über ideen ja so dass wir quasi etwas ja etwas wie heißt denn das dynamik genau dynamik in diesem kanal haben genau das ist das eine so dann haben wir aktuell empire es offen es gibt es nach wie vor weiterhin jeden sonntag um 15 uhr und am 13 3.3 dieses jahres gibt das erweiterungspaket empire es der art of conquest das ist mittlerweile auch schon fertig produziert das habe ich schon lange fertig produziert muss ich sagen das habe ich ungefähr schon ich glaube im august habe ich das schon fertig gestellt oder oktober was oktober ich glaube seit oktober ist es sogar schon fertig ja genau erfolgt dann nach dem empire als display nach dem normalen display genau dann werden folgende projekte wiederbelebt das ist projekt priorität 1 also ich habe mehrere prioritäten gesetzt hier auf diesem kanal priorität 1 ist die höchste und zwar möchte ich die ganzen abgebrochenen des plays erstmal wieder fertig stellen zum einen haben wir hier pokémon pearl da haben wir vor acht bis sieben jahren eigentlich sind sieben jahren und nicht acht jahren haben wir das letzte abgebrochen weil der spielstand verloren geht ich habe jetzt die letzten paar tage mich davor gesetzt und den spielstand nachgekonstruiert mehrmals sogar und habe das spiel auch mittlerweile komplett fertig let's play ich muss es nur noch rennen und hochladen genau das gibt es dann dieses jahr dann werde ich mich in den nächsten tagen davor setzen und das star wars the force unleash wieder beleben und auch fertig spielen ich habe gesehen dass wir story mäßig schon nah am ende waren vor elf jahren wurde es pausiertes let's play beziehungsweise wurde es abgebrochen nachdem ich einen schlechten computer hatte und ja und ich das einfach nicht mehr weiterspielen konnte weil das so mit lex verseucht war dass man das ist nicht mehr weiterspielen konnte außerdem hatte ich viele ja viele probleme auch mit dem spielstand da gab es phasen da ist mein spielstand einfach weg gewesen ja war sehr frustrierend da muss ich die ganze stelle die ganze das ganze spiel bis zu dieser einen stelle nachspielen war auch nicht so geil aber ich denke mal dieses mal sollte es ein bisschen besser laufen zum einen habe ich jetzt ein besseren pc nach elf jahren und ja meine erfahrung was das jetzt klären angeht ist auch ein bisschen größer gewesen als größer als vor elf jahren jetzt genau dann geht es um minecraft wir haben minecraft im jahre 2013 auch pausiert ich habe versprochen dass ich da insgesamt 200 parts machen will und und genau das geht jetzt dann auch wieder weiter leider habe ich den spielstand meiner map also meine es sieht es nicht mehr ich habe den spielstand unserer welt nicht mehr weil ich nach diesen neun jahren eben umgezogen bin und ja der spielstand habe ich halt auf dem server meine eltern gespeichert und leider haben meine eltern sämtliche dateien die ich da noch drauf hatte nach meinem auszug haben sie gelöscht sag ich jetzt mal und ja also den spielstand habe ich jetzt nicht mehr wir werden dann eine neue welt erstellen da gibt es mittlerweile auch einen besseren map generator und ja da können wir uns also können wir uns schon ganz gut austoben ja und dann geht es noch um ein let's play was mir bauchschmerzen bereitet und zwar ist es five night at freddy's ihr habt ja vor wann haben wir das jetzt gespielt 2016 oder so 15 egal jedenfalls haben wir da five night at freddy's let's play und abgebrochen weil ich eben so viel schiss hatte und das ist auch so ein projekt was mir nach wie vor bauchschmerzen bereitet dass das alles abgebrochen auf meinem kanal drauf steht und ja das werde ich auch wieder ausgraben da sollte das skelett noch nicht ganz so groß sein sondern es müssten noch ein paar fleischklumpen an der leiche sein ja die ich da begraben habe und genau das wird ein livestream werden wo ich das alles ja gut ich werde das nicht in einem live stream fertig haben wahrscheinlich werden wir da drei live streams brauchen oder so vielleicht werde ich das an halloween machen schauen wir mal jedenfalls fall jedenfalls fall gefällt es wird es auch noch geben ja schön dann priorität zwei dass wir neue let's plays einführen in diesem kanal und zwar habe ich die und zwar kommen die dann quasi nachdem wir die ganzen ja da steht jetzt ein neues geheimes let's play bereits fertig produziert das ist das kaiser blau ja ich habe diese diese powerpoint mappe schon ja etwas länger vorbereitet und ja da war es noch nicht bekannt dass es kaiser blau ist jedenfalls dieses geheime pokémon als kaiser blau das kommt auf jeden fall fängt beginn januar ja es hat schon begonnen von montags bis freitags jeweils genau und neben meinen abgebrochenen let's plays die fortgeführt werden sollen noch andere let's plays vielleicht erscheinen das hat jetzt nicht so eine hohe priorität weil es eben priorität zwei ist zum einen haben wir empire aus zwei empire age of empires und ein spiel was ich seit 2009 nicht mehr gespielt habe und was mir in meiner kindheit recht viel freude bereitet hat knike shift ja das ist so ein ja so ein ich sag jetzt mal eine mischung aus strategie und und rollenspiel also so quasi ja wie spellforce kann man sagen ja man kann da einen helden steuern aber man kann auch seine ja man kann auch quasi eine basis verwalten genau die haben priorität 5 also diese let's plays vor priorität 5 werde ich bevorzugen vor den spielen mit priorität 3 und 2 genau dann habe ich vor crusader kings 3 viel leicht zu spielen wenn man noch zeit da haben jedenfalls möchte ich zuerst empire 2 age of empires 1 und night shift spielen bevor crusader kings 3 gestaltet wird beziehungsweise auch ja andere projekte dann wäre geplant ruse pokémon black black 2 also schwarz 2 und das als nasslock challenge ja sehr anspruchsvoll ich werde es auch auf dem schwer auf diesem spezial modus spiel auf den schwierigkeitsgrad schwer also da gibt es ja quasi auch die möglichkeit den schwierigkeitsgrad zu verändern ja da werde ich da quasi das nasslock machen mit dem schwierigkeitsgrad schwer den es in diesem black and white 2 spiel gibt dann wäre noch geplant pokémon smart als one type challenge das heißt wir benutzen nur ein pokémon typen und dann bauen wir unser team je nach diesem typ aus zum beispiel wenn wir sagen hey wir wollen ein team aus wasser pokémon haben dann machen wir ein team nur als wasser pokémon wenn wir sagen wir wollen nur ein team aus keine ahnung drachen pokémon haben dann machen wir halt ein team nur aus drachen pokémon vielleicht lasse ich euch sogar entscheiden welchen typ wir nehmen sollen ja dann wäre noch vielleicht geplant empires down of the modern world das ist quasi so ein secret zu empire earth habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut wäre ich auch mal interessiert aber es ist jetzt auch nicht so wichtig genau dann was wirklich überhaupt keine priorität hat was ich einfach mal so reingeschrieben habe was vielleicht eine idee wäre wäre vielleicht so mal dass wir mal wieder ein paar shooter spielen ein guter shooter wäre vielleicht battlefield bad company 2 oder dass wir mal wieder in die zukunft gehen ich weiß nicht bei mass effect habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht ich habe es einfach reingeschrieben keine ahnung so als idee also ich habe jetzt auch nicht vor mass effect wirklich jetzt sei so das playten ja steht einfach mal drin aber ich habe es halt mal reingeschrieben gut bis dann ab juli wird jedenfalls gibt es in dem januar pokémon kaiser blau das let's play hat bereits begonnen und es wird im april enden das let's play ist auch mittlerweile ja mittlerweile ist es nie kann ich nicht sagen aber pokémon kaiser blau ist fertiggestellt und es endet auf jeden fall im april genau sonntags geht es weiterhin empire earth um 15 uhr und ab märz geht dann das erweiterungspaket art of conquest los ab dem 13.3 ist der erste part hochgeladen also der erste part verfügbar für euch und das endet dann ja drei monate später im juni dann fängt im april nach abschluss des kaiser blaues let's plays pokémon pearl wird dann fortgesetzt habe ich mittlerweile fertig produziert ich muss nur noch hochladen also ja das sind so 25 parts wird auch ungefähr ende mai enden und dann geht es weiter mit minecraft im anschluss gibt es dann täglich dann minecraft videos ich weiß ich habe mir auch überlegt ob ich das samstags mache da muss ich mich selber noch genau überlegen jedenfalls minecraft wird es in diesem jahr auch geben ob es am samstag kommt oder in der woche je nachdem ja muss man überlegen ich meine wir haben vor 50 parts zu machen da wäre samstag ziemlich attraktiv wenn wir da jeweils einen minecraft part machen eine woche hat ja gut mittlerweile sind zwei wochen vergangen in diesem jahr das heißt wir hätten in diesem in diesem jahr dann noch 50 samstage zur verfügung indem wir diese 50 minecraft parts hochladen könnten eventuell wäre eine möglichkeit ja also vielleicht samstags oder vielleicht auch wöchentlich jedenfalls sollen es halt 50 parts werden ich habe mir überlegt dass dieser part dann eine stunde lang werden wird genau also eine stunde wird minecraft jeweils dauern da würde es wahrscheinlich echt sinnvoller sein dass ich das am samstag mache jeweils ja genau empire erst 2 das kommt im anschluss nach empire erst der art of conquest auch wieder am sonntag also anfang wird dann juni sein direkt nach dem art of conquest let's play gibt es dann empire erst 2 und was noch kommen wird ist star wars the force unleashed das habe ich ja auch erwähnt wird wieder fortgesetzt das kommt dann auch so wochentags immer also wahrscheinlich wird das eher an minecrafts stelle treten also das kommt wahrscheinlich eher nach dem pearl let's play dieses star wars let's play genau das fängt dann quasi dann im mai an und nicht im juli auch wieder montags bis freitags genau und dann war es das auch für dieses video ähm ja für weitere infos könnt ihr mich in den kommentaren fragen wie es weitergehen wird und ansonsten hoffe ich dass dieses video euch jetzt einen einblick gegeben hat wie es in diesem jahr weitergehen wird und ja vielleicht machen wir im juni dann ein weiteres infovideo wenn ein paar projekte schon fertig sind von dem was ich gerade erwähnt habe in dem sinne habt noch einen schönen tag macht's gut Euer Janke, Ciao